Und zwar mit Herrn Professor Kitala. Ich möchte Ihnen auch... Vielen Dank. Auch Herrn Professor Kitala möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Herr Professor Kitala studiert, er regte seinen Doktorgrad an der Universität Tokio ab, im Bereich Information und Gesellschaft. Und war seit 2003 Assistenzprofessor am Institut für Gesellschaft und Information an der Tokio-Universität. Zwischenzeitlich hat er auch einige Vorträge im Zentrum für Japan-Forschung in Peking gehalten. Und war seit dem letzten Jahr 2011 Gastprofessor an der Universität Leipzig. Wird uns aber diesen Monat verlassen und wieder zurück nach Tokio. Okay. Sein Thema wird sein, wie geschrieben, Manga und die Kritik anliegen. Die Entwicklung der Kritik des Mangas in Japan und in der Aktualität. Hallo, ich arbeite an der Tokio-Universität als Assistenzprofessor für die Medienteorin und der Zombie. In meiner Abteilung gibt es viele Studierende, die der Manga oder die Anime als Themen der Magister oder Dr. White ausbählen. In letzter Zeit nimmt aber die Zahl der Studenten ab, die sich für Manga interessieren. Stattdessen werden den Themen, die die Manga, sozusagen die Manga-Demeinschaft und ihre Anhänger, immer und immer populärer. Man kennt es hier den Einfluss, den amerikanischen Fritschern-Stadies, aber es gibt eine lange Tradition der Kritik oder der Analyse von Manga in Japan. Heute möchte ich einige Tendenzen der Manga-Kritiken in Japan vorstellen und gleichzeitig die Klassian-Struktur des Mangas umreißen. Zuerst möchte ich Sie auf den formalistischen Charakter der japonischen Manga-Kritiker hinweisen. In der Tat ist der Organismus, der nicht auch den Inhalt, sondern auch die Form der Werke gewichtelt, eine wichtige traditionelle Methode in Japan. Als Beispiel möchte ich den Einflussreichsten Kritiker in den 90er Jahren, Asuma Hiroki, der die animalisierende Postmodernität geschrieben hat. Asuma ist der Einflussreichste Kritiker in Japan, dessen erster Buch das philosophische Problem der Kommunikation behandelt hat, das sich auch für die Interpretation der Texte Jack Davids Spezialität behauptet hat. Vor Anfang seiner Karriere hat Asuma mit dem Thema Kommunikation ohne Bedeutung beschäftigt. Die Unmöglichkeit der Determination der Bedeutung von Texte, das ist sein Thema. Auch im Bezug auf Manga und Anime hat er auch die formale Struktur des Textes begehrt. In der animalisierenden Post-E-Postmodernität hat er den Begriff Datenbankkonsum vorgeschrieben, um die jetzige Manga- und Anime-Texte wesentlich zu kritisieren. Asuma Hiroki kreiert die Struktur des neuen Konsumstils in drei Punkten. Das heißt, erstens der inhaltliche Aspekt, zweitens die Ausdrücksweise und drittens der Akzeptanz Aspekt. Es ist allerdings kompliziert, dass der Formalismus sich in diesen drei Aspekten durchdringt. Ich versuche es so einfach und möglich zu erklären. Die Struktur des Textes, zweitens die Struktur des Textes. Asuma lüftet den Kontrast zwischen zwei jungenischen Anime-Texten in den Fordergrund. Und zwar zwischen dem ersten Original-Kanal und dem Evangelium. Der erste Gang wurde erst im Jahr 1979 in Ferenzen gesendet. Und danach wurde es wieder und wieder gesendet und große Qualität unter den Jungen erzielt. Der erste Gang ist sozusagen das Monument in der Geschichte der Otaxu. der die Grundstrukturen der Otax-Kultur bestemt hat. So, jetzt schon mal. Evangelium. In den ersten Gang handelte es sich um einen, so zu sagen, ein-Jahr-Krieg. zwischen großer Föderation und der Gide-Zion herzogte und das Erwachsenwerden des Protagonisten handelte. Aber viele Zuschauer hatten große Interesse, vielmehr an der dargestellten menschenförmigen Maschinen. Und er verstecken Geschichten von Amros-Gegner ein-Jungs-Soziogat-Schar. Und ja, und das sind Mobil-Syns-Maschinen. In Bibeligkeit erweist sich das Thema von Gundam im Verlauf der Handlung der Geschichte die Reiche gegen Jion-Familie von Shah. Während sich die Jüngeren für den Design der Maschine, Mobil-Suth, interessieren, haben sich die Eltern für den komplexen, literarischen Rist von Gundam interessiert. So, die sogenannte erste Gundam, die sogenannte erste Gundam-Generation, zu der ich auch gehöre, behalte immer noch das Detail der Geschichte im Gundam-Gedächtnis. Und hat sogar wiederum versucht, das, sozusagen, Weltbild des Originals, das Chef-Reviz-Schutz zu ergänzen. Nun, natürlich gibt es im Text an der Interpretation Möglichkeiten, die im Text sichtlich nicht abgeschrieben worden sind. Die erste Gundam-Generation hat mit Verhältnis des gemeinsamen Gedächtnisses von dem Original die komplette, richtige, richtige Geschichte des Gundams konstruieren wollen. Aufgrund der sichtlichen, geschriebenen Texten und Daten wollen sie das einheitliche Weltbild konstruieren. Das war ein merkwürdiger Motto der Akzeptanz des Gundams. So, im Vergleich zu Gundam kann die Evangelion solche Bemühungen zur Rekonstruktion der Geschichte nicht bewahrten. Gleichlich geht es auch in der Evangelion wie in Gundam um das Gefühl, den Zwiespalt eines Jungen, der plötzlich ohne klare Gründe gezwungen wird, gegen Kinder zu kämpfen. Also, man erklautet den Unterschied zwischen diesen zwei Typen, wie folgt. Start. Die Mehrheit der Anfänger des Gundams richten ihr eigenes Begehren danach, die ganze Welt des Gundams zu untersuchen und zu ergänzen. Es bleibt nämlich bei ihnen, nämlich immer noch die Leidenschaft für die große Geschichte übrig. Im Vergleich dazu scheint es mir, dass die Anhänger des Evangelions, vor allem die jungen Anhänger, die dritte Generation Otaku, sich sogar in der Mitte des Booms für das ganze Weltbild des Evangelions nicht interessiert haben. Vielmehr haben sie sich ausschließlich auch die Designs und die Ausstellung der Charaktere konzentriert. Es ist schwierig, in haktlichen Aspekten diesen kuralen Kontrast objektiv zu finden. Ich frage. Aber Asmas Analyse ist überzeugend für mich. Meiner Meinung nach auch wurde Evangelion sozusagen psychisch akzeptiert und auch die Ausstellung der Charaktere, aber das System der Charaktere mehr Gewicht gelegt. Während es sich beim Evangelion um das Charaktersystem, das sich von dem einheitlichen Bild des Originales trennt, und die relativ kleinen zwischenmenschlichen Verhältnissen nachher erledigt hat. Asma behauptet, dass man in Evangelion nicht mehr großen Bildern bzw. Beiselsstörchen zu begehren zur großen Geschichte betrachtet. Das Wort große Geschichte stammt aus dem Text von französischen Philosophen Lyotard. Lyotard hat in sehr oft die modernen Wissenschaft in Betrieb gesetzten Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Kommunismus das Juntum der Postmodernen geführt. Asma behauptet, die inhaltliche und formalische Struktur des Evangeliums, die den Zuschauern nicht mehr erfassen, des ganzen Weltbildes reflektiert der Strukturwandel der Postmodernen Wissenschaft, von der die Leute und die Einsicht des einheitlichen Weltbildes nicht mehr angefordert werden. Alle Werke sollten die Zeitgeister widerspielen. Zweitens, beist man auch die ausdrücklichen Merkmale der Postmodellen von Mamas und allmesschen. Die Figur zeigt einen Charakter, dessen Name Dijikarat. Dieser Charakter ist 1998 als Einwendungsjumbo für ein Spielgeschäft abgetaucht. Dijikarat, klus, Dijiko, auf Japanisch Dijiko, hat unter den Jungen und Helgen große Operatet geführt. Und ist die Uwa Struktur der Charakter, der mehrkommal große Orden bequatsen. Und die Kleidung einer Macht nicht sind. Asma erläutert, es scheint, dass beim Dijiko die Autorheit, sozusagen die Originalität des Autos, beim Dijiko die Autorheit total ausgeschlossen ist. Dijiko wird nicht von bestimmten Autoren geschaffen, sondern von sozusagen einer Marketingforschung, die das begehende Autor zu forschen, geschaffen. Dijiko versorgt ihre Anfänger nicht mit Geschichten, sondern mit den Elementen und Fragmenten, die Autorbegehende entsprechen. Und wenn es zwar große Ohren wie Katze, beziehungsweise Machtloden, Asma bezeichnet solche Fragmente als Moe-Erge. In seinem Buch gibt es solche Figuren. Das ist ein Moe-Fragment des Designs. So, es ist schwer, sehr, sehr schwer. Es bedeutet das Gefühl, als ob man ein kleines, übeles Wesen wie ein Kätzchen sieht. Das ist der leichte, oberflächliche Ausstieg. Und es enthält keine klare, nackte Zettelte. Das Gefühl richtet sich nicht nach einer Existenz eines ganzen Objektes, sondern nach den versiedeln, sehr regularen Fragmenten. Es könnte gesagt werden, dass ähnlich ist wie das Gefühl, das man hat, wenn man in einem Zug von einem unbekannten Baby angerechnet wird. Es geht beim letzten Charaktersystem um die Moe-Elemente, die die Anhänger dazu veranlassen, Moe zu haben. Solches Charaktersystem bezeichnet Asma als die Datenbank des Begehens. Drittens handelt es sich bei Asma's Theorie um ein zweites Produkt. Die zweiten Produkte sind die Handlungen von Anhängern, die aufgrund der originalen Geschichte entstehen und die veränderten Texte untereinander lesen oder verkaufen. Die Anhänger erschaffen solche zweite Produkte, indem sie sich über das umfassende Charaktersystem im Original bleiben und die zerlegten kleinen Elemente der Geschichte verwendet. Sie zerregen einmal die ganze einheitliche Geschichte in kleine Bestimmteile und sie danach nach ihrer Forschung und Vorstellung rekonstruieren. Meiner Meinung nach ist es wichtig, zu erkenntlich zu nehmen, dass das zweite Produkte im Fall der japanischen Unterkultur manchmal von der Sexualität, vor allem von der Homosexualität handelt. Schon in den 70er Jahren sind die Zeitschriften aufgetauscht, die sich auf die Parodien der Animes und Mangas spezialisiert haben. Die zwei Zeitschriften leiteten die Kultur der Parodie ein, und aktivieren die Comic-Market, in denen die Anhänger ihr zweites Produkte verkaufen und Informationen austauschen. In dieser Tendenz war die Zuneigung zur Homosexualität auffällig, da über diesen Punkt Dr. Mori nach mir, über diesen Punkt auch fröhlich erinnern wird, möchte ich hier nur die historische Tatsache feststellen, dass das zweite Produkt in der japanischen Otaku-Kultur eine wichtige Rolle gespielt hat, und immer dort gespielt. So, inhaltlich geht es um die Geschichtsstruktur, aber den Datenkampfkonsum er mehr bricht, und wir stellen vor. Der Text sollte die Mentalität der Postmodernismus, die Totalität der Weltbilder, mit anderen Worten gesagt, die große Geschichte zerstellen, so. Nachdem der Textilung handelt sich um die ersetzbaren Fragmenten, die neu bei Lesern oder Zuschauern, die Adressanten erreden können, auch zu stellen, und das Charaktersystem, das auch ohne inhaltliche Übersprünge auslesen kann, in Gangpli. Darüber hinaus geht es um, dass die zweiten Produkte von Adressanten gewichtet werden, und damit verschiedene bunte Interpretationsgemeinschaften von den Adressanten gewichtet werden kann. Wie wir hier festgestellt haben, die Kritik an Folgen spielt eine große Rolle in den Kritiken Asmas und seiner Nachfolge. Freilich gibt es die Kritiker, die deren Themen auch den Inhalt in der Geschichte als solche orientieren bilden. Zum Beispiel ein berühmter, jüngerer, 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 Kritiker, der manchmal die Texte von Manga und Animes und Dramas, also Objekte der Kritiken behandelt. Er interessiert sich mehr für den Inhalt der Objekte. Aber auch solche Kritiker kann nicht oder darf nicht die Wichtigkeit der automatischen Aspekte von japonischen Autarkprodukten verneinen. So, aber warum nicht der Inhalt, sondern die Form? In letzter Zeit gibt es viele junge Kritiker und Wissenschaftler, die sich auf die Form bzw. die Weise des Konsums orientieren. Natürlich gab es die formorientierenden Kritiken vor den 90er Jahren, aber ich glaube, ab den 90er Jahren sind die Form orientierende Kritiken aufhängig worden. Natsume-Fsanuske Natsume-Fsanuske Kenji Natsume-Soseki Er ist der Engel von Natsume-Soseki. So, Natsume-Fsanuske Buch Eine Moment. So. Natsume-Fsanuske Der zugleich Kritiker wie Manga-Autor ist, hat in den 90er Jahren einige wichtige Bücher von Manga-Kritik veröffentlicht. Er nannte seine Methode der Manga-Kritik die Darstellungsanalyse des Mangas. Bei der Darstellungsanalyse geht es darum, man sich die Korrespondenz von Inhalt und Form und die Manga-eigene Technik der Darstellung orientiert. Wie kann man ohne Wort nur mit Zeichen die Belebung im Manga darstellen? Oder wie kann man in einem Bild verschiedene widersprüchliche Gefühle zum Ausdruck bringen? Was bedeutet der Sprachbaron Braser? Was für Regeln gibt es, wenn der Autor jedes Stück Bilder aufstellt? Solche Fragen hat Natsume gestellt und die Antwort historisch manchmal mit der praktischen Vorführung vorgeregt. Man kann sagen, er hat sozusagen die Grammatik und deren Geschichte des Mangas systematisch gegründet hat. Dadurch hat Natsume versucht sich von vorigen Manga-Kritiken zu unterschätzen die die Eigenschaft des Mangas unterschätzt und den Manga wie Literatur analysiert hat. Er hat gegen die literarische, geistwissenschaftliche herbenoitische Methode der Manga-Kritik gekämpft. In der Tat fand seine Theorie Beifall vor allem unter den jüngeren Generationen, die mit Manga gewachsen sind. Ich gehe auch zu dieser Generation. Natürlich gab es verschiedene Kritiker aus Natsume, die versucht haben, die Form des Mangas zum Thema gebracht haben. Im Jahr 1994 hat Yomota Inuchiko der berühmte Filmkritiker ein wichtiges Buch veröffentlicht, dessen Titel der Grundsatz des Mangas ist. Auch Yomota hat versucht, die formale Struktur des Mangas zu erklären, damit er sich auf Theorie der Filmkritik berufte. 2005 ist das Buch Einführen zu Darstellungsanalyse von Manga von Takeuchi Osamu erschienen. Auf jeden Fall wird nachher der Natsume stellen viele Versuche, die Darstellungsanalyse zu entwickeln unternommen. Die Darstellungsanalyse ein Ich habe die Dach vorangestellt, ich glaube, bei Zölfjern ist die Dach zu Tezbaa ist Tezbaa Sport wir müssen das auch Das ist wichtig, dass in Ethos-Analyse der Begriff Kärre von dem Begriff Kärre unterschieden wird. Der Begriff Kärre bedeutet die Art des Ausdrucks, die durch das Zeichen ermöglicht werden. Zum Beispiel, wir erkennen an diesen Bildern, dass der Junge in einer dringenden Situation ist und die Geschwindigkeit des Autos zur Zeit gestiegen ist. Die Grammatik des Zeichens ermöglicht uns solche Ausreden. Die Rini stellt die Geschwindigkeit dar, die nach oben richtende Augenbraue stellt dar, dass er nicht in Ruhe ist. So, Kärre ist eine sozusagen grammatische Rolle, die im Zeichensystem die Bedeutung für den Kärre. Natürlich gibt es kein Mädchen, dessen Augen so groß sind, aber das Mädchen kann im Zeichensystem des Mangas als das Zeichen des träumerischen Mädchen da sein. Der Kärre bestellt aus Grammatik des Zeichens und weist die Leser aus dem Zusammenhang zwischen den bildlichen Ausdrucken und den inhaltslichen Bedeutungen. Der Kärre hat den Kärre und den täglichen Kärre und den täglichen Kärre. Der Kärre unter der Kommunikation bzw. dem Leib mit dem Anderen. Der Charakter ist seit langem das wichtige Element der modernen Literatur, die die Inhaltlichkeit, die Innerlichkeit der Menschen zum Ausdruck zu bringen. Der Kärre und den 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 literarischen und innerischen Geschichten gestalten. Wie sie wissen, wird die Train אזrafen die Technik des Filmens beeinflusst und viele verschiedene Storymanga zur Welt gebrannt haben. Er hat in der Geschichte von Manga eine große Rolle gespielt, in der er das Zeichensystem und die Geschichtsstruktur wie moderne Literatur bezogen hat. Im Astro Boy Haton wird die Leidenschaft der mit der modernen Technik hergestellten Roboter beschrieben. Mit den eigenen Darstellungen zur Art von Manga. Manga hat allen Glück Tezuka als ein Genie anzusehen. Aber... Aber... Vielmehr richtet er sich gegen die Epikomen, die ohne Zweifel an den Myrtus Motezuka grauen wollen. Und an den Manga-Teksten Kritikjugend wollen. Also sie, die Manga-Tekste wie innerliche Romane lesen, kennen. Die Manga-Tekste wie innerliche Romane lesen. Manga-Tekste wie innerliche Romane. Vielen Dank.